zu zweit aber ein hinter dir ich hab schon geworfen nein ich hab einen getötet nice hab einen gespielt doch die haben Stärke in der Base Stärke Base Stärke Base Stärke Base ich kann durch rennen hinter dir ey mich riegt das schon wieder auf dass ich grad am Anfang fast das Bett hatte und dann Bogen gesplieft und den darunter auch warum kannst du dich nicht mehr werben Opa du renn eh runter Stopp Alexa äh das sind einfach Koordinaten Alexa stopp äh du musst äh ich krieg irgendwie kein Lock Opa ich glaub ihr spielt grad Jungs ich bin in deren Bett eingebaut aber ich hab keine Steinpicke ich bin in deren Bett eingebaut und ohne Steinpicke guck Tim nein ey ihr habt's Bett merken die dich nicht nein ey Tim sonst rief kurz an meinem Channel dann kann ich das kurz erklären ich hab Holzpicke nur ach du alles abgebaut aus dem Eisenblock ja alles abgebaut aus dem Eisenblock wo bist du Koko Koko du lenkst die nach und ich geh dann zu ihm Konter 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 mach auf einer Konter reinlaufen Digga bitte alter hä du kannst dir jetzt was kaufen du kannst dir doch was kaufen Friedlsch äh warte 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 ja die hab's gecheckt ja fertig seit wann heißt du Buddhismus äh Digga Mann einmal nehm ich keine Steinpicke ja und willkommen zur weiteren Folge Top 10 Clips of the Week und diese Woche wurden einfach extrem starke Clips eingesendet und das ist glaube ich bis jetzt die beste Woche mit den ganzen Clips und würde mich mega freuen wenn wir das nächste Woche auch nochmal schaffen also schickt fleißig Clips ein und diese Woche ist einfach nur sie ist einfach nur perfekt also es wurden einfach so stark Clips eingesendet und ich bin für jeden Dank bei der die Clips immer wieder einsendet und es gibt immer wieder ein paar Leute die ich öfters sehe bei den Clips einsenden und wie gesagt dieses Format lebt nur dank euch und wirklich vielen Dank diese Woche ist einfach extremst sick ja aber labern wir nicht weiter rum und beginnen direkt mit Platz 10 ja machen wir weiter mit Platz 9 und ich werde jetzt einfach zwischen den ganzen Clips nicht mehr reden weil das nimmt echt so ein bisschen den Flow raus und ja Platz 9 hat leider den Clip in einer bisschen falschen Qualität aufgestellt er hat es in 1080 aufgenommen aber halt in 720p anscheinend gerendert auf jeden Fall ist das Video halt ein bisschen falsch gerendert aber trotzdem Platz 9 mit einer richtig schönen WAP und ja ab jetzt werde ich nicht mehr reden sondern einfach nichts mehr sagen und einfach alles hintereinander weg dass es halt alles schön im Flow ist Der hat sich Komnet geballert Er hat sich Komnet geballert Hast du es gesehen? Nein Auch jeder er lief Ich check mich nicht er hat er... Trust er lieft Er hat... UOOOOO O wie G O mein G G Jetzt geh rein. Bogen, jetzt blieft. Und den darunter auch. Legenden-Splief, sag ich doch. Kann nicht hochlaufen, du musst einfach einbauen. Ich hab's gesplieft, alles gut. Hast du's gemacht, Paul? Ja. Es ist so stark, man. Es war so stark, Alter. Er hat sich unten wieder durchgesnickt. Und hat einen starken Set zur Ablenkung und dann ist er hingegangen. Er lässt einfach scharf Bombo, oder? Nein, nein, mach ein Käfig, bitte. Mach einfach vier, immer vier geteimt, dann ist alles weg. Er hat in der Mitte 6 Gold. Käfig, mach Käfig. 7 Gold in der Mitte. Aber alles mit Käfig. Die sind die schon alle hier. Ja, Leute, die können, Mama, kriege Angst, schreibt sowas nicht, dann wirst du gefickt und dann schreibst du dir das. Und dann schreibst du dir das. Und dann schreibst du dir das. Hier nimm die Schafe. Du Blöcke rein, bitte. Dann ist Mama dich nicht beschützt. Haku, danke. Warte, ich mach noch Schafe rein. Aber spart die Schafe bitte nach dem Klinik. Sparzi. Malen, du musst einmal nicht draus nehmen. Lass sie drinnen. Die haben eine EP. Die haben eine EP. Die haben eine EP. Ja, die haben eine EP. Überpackung. Der steht noch bei uns. Ah, ne, EC gelegt. Du, die Schafe packest weg. EC, EP in der Mitte. Hast du? Würde mich stärker machen? Kauf mal. Alles weg, mit 3. Echt? Echt? Ja, Ben. Echt? Echt? Echt fast 3. Wenn doch. Alle dauern. Noll. Geh mich an. Der entweder T-Wig, der war mal der Beste, den ich jemals gesehen hab. Huuu. Hast du alles aufgenommen? Hast du alles aufgenommen? Ja klar. Ich geh gar. Glüps, glüps, glüps. Guck mal, ich finde ich jetzt richtig hart, okay? Ich finde ich jetzt richtig hart. Guck, hat irgend das... EP? EP, EP. Ja, mal wieder. Der hatte Stärke in das ich hab' auch ne Geld. 1.300 ELO, 1.300 ELO, sehr schön. 2.300 ELO, 1.300 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 ELO Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020